da ist er noch beim zumachen grüß euch leute moment ich setze mich gleich hin damit ihr was seht und ran schaukeln das hat schon mal besser gepasst das teil hier das sind das muss so sein hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von schweighofer art aus dem hause schweighofer art so in die richtung oder so wie geht's wie steht's leute ich hoffe euch geht's gut ich hoffe ihr hattet den fahrschul sound vermisst ja der doktor du little in der haus hallo thorsten grüß dich du bist live macht die hose zu ich habe ich habe keine an leute schön dass ihr wieder da seid wir machen heute ein bisschen spezial sachen sachen die wir schon längere zeit in diesem kanal besprochen haben und sachen die ich unbedingt ausprobieren möchte beziehungsweise infos die ich raushauen möchte aber erst mal ich muss mal ganz kurz an kiki hallo sagen kiki ist natürlich wie jeden abend wieder auf ihrem rechner live dabei mit 25 monitoren überwacht sie diesen chat und daumen hoch an kiki oder könnt ihr auch mal nicht den kanal oder das video liken sondern für kiki liken das wäre auch schon mal was einmal ein herzhaftes like kiki wir könnten fast 100 likes jetzt zusammen bekommen es wäre ziemlich geil ne spaß beiseite auch an alle ihre mitglieder dieses kanals die diesen kleinen schraubenschlüssel hier oben haben die gerade wie die irren schreiben ich glaube den schlüssel seht ihr nämlich auch die haben einfach für 3,99 eine kanal mitgliedschaft abgeschlossen und unterstützen mich damit worüber ich mich sehr sehr freue ich habe meine medusa fast fertig das war das ding aus dem letzten live stream und dem letzten live stream haben wir auch von bavaria drei filamentsorten zur verlosung freigegeben das möchte ich ganz kurz hier anklingen lassen aber erstmal bevor die weiteren infos kommen auch wie wir das mit der verlosung machen möchte ich mal ganz kurz den chat leicht 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 durchlesen like für kiki dann ok servus und grüße miteinander fabian grüß dich daumen hoch für kiki ein dickes like für kiki schau da wird sie gefeiert hat sie gänsehaut gänsehaut hat sie garantiert mäuse titten ok wunderbar die köstle ich für kiki schau wieder danke wir behandeln in diesem kanal immer wieder themen wo ich nicht so up to date bin dieses thema ist aber eines wo ich schon lange eigentlich weiß wie es geht beziehungsweise ist schon öfter gemacht habe und da kann ich heute ein bisschen fachwissen raushauen also es wird vielleicht heute ein klein wenig technischer aber da sind ja ein zwei leute auch dabei die sowas gerne mögen dennis liebe grüße und hallo schön dass du jetzt auch ein kleiner bastler bist das freut mich du schaffst es noch auf fünf streams die woche michael ich bin am samstag nicht da ich bin am samstag mit den walkings unterwegs und somit fällt wobei samstag machen wir eigentlich nie live stream dann könnte ich eigentlich sonntag wieder einen machen ja vielleicht schaffen wir es mal auf fünf streams die woche es ist einfach so wenn wir gutes zeug haben wenn ich schöne sachen zum testen habe wenn ich der meinung bin wir können mindestens eine stunde an wissen hier raushauen oder was cooles kreatives bauen dann mache ich das gerne und ich habe zwar heute einen extrem langen arbeitstag hinter mir aber dann setze ich mich doch gerne noch ein zwei stündchen mit euch zusammen weil das ist nicht wie arbeiten das ist eher sehr wie mit freunden unterwegs zu sein gut wieso zum geier war die kamera nicht an als du dich am finger aua gemacht hast skandal nee das total dämlich ich habe heute beim einkaufen den kofferraumdeckel ganz kurz nur hier vorne an dem knöchel so angeschlagen und ich glaube ich habe so einfach ein kabaldunnel symbol bruchteil keine ahnung sowas in die richtung es tut ein bisschen weh beim so machen ja gott sei dank bin ich fotografen fotografiere mit rechts okay schritt für schritt ich habe heute viele infos rauszuhauen als erstes medusa das kleine hübsche ding hier ich wage es jetzt umzuschalten ist die kamera an ja aber es ist die andere die falsche an ich habe nämlich heute eine kamera auch damit wir details im vordergrund betrachten und die ist falsch ja gut dann schaltet man die halt um ja sie ist sogar an meine medusa ist soweit jetzt mal fertig bemalt und glaubt mir es war abartig viel arbeit diese härtchen zu malen also ich würde mal sagen vier stunden habe ich für die büste und für die nein die brüste habe ich nicht bemalt aber für die büste und bis jetzt gefällt sie mir sehr gut vor allem dieser dezente sockel den fand ich auch richtig gut und weil da hatten wir das letzte mal noch darüber gesprochen soll der jetzt komplett goldig werden soll er steinig werden aber ich finde vielleicht könntest mir auch sagen ob ihr das auch so seht ich finde der passt der ist genauso filigran wie sie das rote kleid fehlt ach wobei roten komplementärfarbe jetzt zu grün wäre nee es fehlt eigentlich noch das was wir heute gemeinsam bauen wir bauen heute washes ich habe eine grün wash darüber gelegt deswegen sind die haare jetzt momentan gold grünlich aber ich müsste danach jetzt noch mal mit dunkler wash arbeiten in den ganzen sicken drinnen das ganze ein bisschen dreidimensionaler bauen und da möchte ich nicht die normalen washes hernehmen weil ich habe für das grün dieser haare fast eine ganze fast einen ganzen pöttich hier von diesen zitadell farben benötigt und so ein wash von zitadell kostet 3 euro 90 3 euro 99 momentan was abartig teuer ist und da habe ich mir gedacht nee das mischen uns doch selber jetzt ist der richtige zeitpunkt und da die läden offen hat und ich mittlerweile alle sachen habe was ich für diese washes brauche machen wir heute einfach mal literweise washes und dazu kommen wir gleich gut leute wenn ihr noch bei der verlosung der drei filament rollen von bavaria mitmachen wollt postet kiki jetzt gleich mal link rein danke kiki da sind sind wir gerade bei ich sag kiki und sie macht unfassbar da postet sie jetzt einfach uns schon mal einen link rein der führt euch zum letzten live stream und da müsst ihr lediglich hashtag bavaria in die kommentare rein schreiben ich werde die noch mal aktualisieren bevor wir an die ziehung gehen warten jetzt ungefähr noch zehn minuten ich denke mal zehn minuten ab der zeit ungefähr und dann können wir an die verlosung gehen und dann werden wir eh wahrscheinlich 100 leute verlieren weil die nur wegen dieser verlosung da sind ich kenne euch ja ist doch immer so oder helle meint wie geht es euch und den hunden immer besser immer besser es war heute eigentlich ein guter tag eine gute nacht gestern war alles durchwachsen heute scheint es alles besser zu sein oder zu gehen es ist immer ein riesen aufwand weil wir müssen ja die ganzen verbände immer lösen und dann hat hat aruna einfach so und so ein komplett body an damit sie sich eben die nähte nicht aufbeißt oder die wunde ja sauber leckt und zum rausgehen zur toilette gehen ist das einfach jedes mal 20 minuten auspacken alles abbinden und dann runter tragen ins gras setzen hoffen dass sie gleich mal macht wieder einpacken schauen dass alles einigermaßen steril ist und ja dann ist es so eins in den chat für rotes kleid aufgeht nein ich will das nicht ihr müsst mich verstehen ich will nicht ich werde kein rotes kleid machen ich kann euch zeigen wie hässlich ein rotes kleid aussieht anhand von der figur da kann ich euch das ist meine testfigur da habe ich hinten auch mal getestet wie das mit goldenen strichen aussieht an der können was testen okay mache ich mal wie heißt sie aruna ja aruna genau ist ein wikinger name so also wir brauchen übrigens noch ein nickname ein porno namen eigentlich für die medusa also ich sage immer scusa medusa aber vielleicht habt der eine oder andere mal eine idee wie man diese medusa sonst noch benennen kann damit die halt weil jetzt heißt sie medusa was wäre schön wenn es ein bisschen was persönlicheres ist weil ich habe mit der viele stunden ich habe mit der viele stunden verbracht genau sondern stellen wir dich mal einfach weg dass ich dich auf gar keinen fall irgendwie umwerfen gut die wilde hilde das kleid wird hautfarben oder durchsichtig bemalt natürlich miss dress noch henriette wir haben oder ich habe geiles kompliziertes filament bekommen so jetzt habe ich gerade mal noch eine nachricht bekommen mal schauen was das ist okay das ist heute nicht so tragisch ich habe filament von nobophil bekommen und das nobophil filament ist in perlweiß gekommen und zwar ist das petg und ich liebe mittlerweile petg ich arbeite sehr gerne mit diesen materialien weil du sehr stabile durchaus hitzebeständige drucke machen kannst aber petg ist es einfach ein ding mit dem man eher nicht sehr filigranes zeug macht ich habe heute filigranes zeug gemacht ich möchte mit euch jetzt als allererstes mal das kettenhemd den stresstest schlechthin für jeden drucker und vor allem für jedes filament hier von der platte lösen und mal schauen wie stabil es ist und ob es hält es ist nämlich tatsächlich so es hat ganz leichtes stringing es drückt sich an und für sich genau gleich wie normales petg ja ein paar kleinigkeiten rollen hier noch weg oder brechen hier noch runter aber nichts was den druck angeht aber ich habe im druck ganz ganz leichtes stringing noch das heißt ich muss wahrscheinlich bei der hitzeeinstellung noch ein bisschen arbeiten und auch mal testen wie die lüfter einstellungen so sind aber ganz im ernst das ist schon geiler druck mit dem kann man schon was anfangen das muss man immer so ein bisschen lockern ich habe schon einige von diesen netzen gedruckt irgendwo liegt noch ein anderes vergleichbares das ist auch so was in die richtung das ist jetzt ganz normales pla braucht ewigkeiten also ewigkeiten ja viereinhalb stunden hat diese ganze platte jetzt gebraucht weil es halt jedes mal das sind einfach hunderte kleine punkte die unter einmal gemacht werden müssen ich bin sehr gespannt es gibt nämlich noch eine zweite rolle von denen die ich bekommen habe auch im perdel weiß und zwar absx novofil wird übrigens hier unten ist es von uns gesponsert nein die sponsern uns mit minus 15 prozent bei jedem einkauf das sind übrigens alles recycelte filamente dass ich meinen kleinen sponsoren auch mal ein kleines dankeschön hier da lasse die machen richtig gutes zeug und ich liebe es deren filamente einfach mal auf herz und nieren zu testen auch mal etwas unübliches daraus zu drucken das soll ideal sein für skulpturen zum beispiel aber es ich selber habe ich glaube ich noch nie gedruckt ich weiß nicht wie es bei euch ausschaut aber definitiv ein interessantes filament und vor allem eine interessante farbe weil perl weiß dass im ganzen ich habe da fotos auf der webseite von ihnen gesehen da ist wirklich ein äußerst scheine white interessante farbe auf jeden fall gut dann kommen wir zum sponsor oder zum hauptsponsor des heutigen tages bavaria bavaria hat mir auch filament geschickt auch etwas neues das im sortiment haben das gleich mal mit blumpen schleifklötzchen heute getestet wurde und zwar ist das das olivin olivin ist eine eigenmarke von bavaria ich kann noch nicht genau sagen in was man es einstuft es ist so ein bisschen wie ja es ist ein bisschen wie petg hat aber die eigenschaften beim drucken zumindest so zu auszusehen wie pla plus sowas in die richtung es wird mit 225 bis 240 grad verarbeitet und du brauchst unbedingt eine druckplatte die glatt ist beziehungsweise sollte man auf jeden fall mit knapp 90 grad mit der druckplatte arbeiten weil das ist ein klassisches filament für elefanten füßchen heute erst mal bei bavaria bestellt meint der manuel das haben schon viele gemacht und ich habe eigentlich von bavarias also von euren seiten her was das bavaria filament angeht noch überhaupt keine kritikpunkte bekommen oder gesehen dass das ich hier umschalten kann wo sind wir hier heute immer ganz ganz viele kameras hier es funktioniert tadellos es ist mega stabil die passgenauigkeit bei den teilen jetzt gerade mit dem gewinde ist ideal funktioniert wunderbar ganz im ernst das ist der erste druck der jetzt aus diesem filament raus kommt ich werde jetzt als nächstes etwas bisschen filigraneres druck mal schauen wie das auch mit dem stringing ist beziehungsweise ob es überhaupt kleine probleme gibt aber es funktioniert heute erst mal bavaria okay hier findet ihr das neue filament von bavaria danke kiki und das sind so sachen ich druck mir ziemlich viel momentan für die werkstatt ihr seht da oben den rollenhalter die beiden links und rechts also diese dreieckigen teile damit man hier die stange rein macht damit die rollen halter oder die rollen da schön oben sind die sind zum beispiel aus ptg von bavaria auch das grüne gedruckt das sind so druck die brauchen vier stunden ungefähr dann hast du zwei solche winkel und ich schaue halt dass der druck die ganze zeit oder der drucker die ganze zeit voll ist bevor ich wieder mich an solche wüsten dinge wagen genau raus damit so wie schauen wir aus hat jetzt jeder bei dem wettbewerb mitgemacht oder bei der verlosung mitgemacht können wir langsam aber sicher uns auf die verlosung einstellen willi meint wie wäre es mit einem gruppe bavaria testdruck im discord da müssen mit kiki reden ob sie sowas cool findet das ist die discord leiterin habe auch bavaria mit einem link bestellt meiner marco ganz im ernst zum antesten das filament ist nicht teurer als klassisches filament was man irgendwie wie arion oder so kriegt hey marco marco danke danke marco einfach mal zwei euro in den pot reingehauen name für die medusa was die lina die holly brit muss printkiller bitch printkiller bitches heißer marco meint ein bier für dich ja aus dem aus dem markt schon im laden heutzutage nicht mehr ein kleines geht sich vielleicht noch raus aber danke ich trinke auch gerne kaffee wobei in tirolen kaffee für zwei euro espresso geht noch auf jeden fall gut ich bereite hier mal ganz kurz alles vor ich muss bevor wir hier nämlich jetzt der torsten ist jetzt übrigens auch ein mitglied und dafür kriegt er applaus danke der torsten ich muss aufpassen beim letzten mal hatten wir weil zwei leute mitglieder geworden sind so ein epischen sound im hintergrund dann habe ich von meinem stream tag raus gehauen und dann wurde mir das video gesperrt weil das anscheinend jetzt doch kein freies freier song war und jetzt da muss ich die stelle raus löschen totaler scheiß marco schon wieder zwei euro jetzt haben wir ein kleines bier vielen dank ihr macht euch fertig heute gut ich muss ganz kurz hier in meine youtube einstellung das zeige ich euch auch gar nicht weil wir müssen bei den kommentaren die kommentare noch freigeben weil sobald ein hashtag reinkommt oder haben heute noch mal einige was gemacht sogar mrg media solution ist dabei schauen tazan hat mitgemacht ja wunderbar einige leute sobald ein hashtag dabei ist muss müssen wir das freischalten okidoki dann werde ich euch jetzt hier mal auf meinen desktop geleiten wir machen das mit pick a winner heißt das pick a winner.co ist im prinzip eine seite wo ich jetzt hier aus diesem video das war meine odyssee die url raus kopiere und hier einfügen und dann fragt er mich soll man noch irgendwas machen ja wir wollen das keyboard dass sie eben eingegeben habt hier rein machen und das heißt bavaria und jetzt kann ich hier mal wir erlauben keine duplikate genau weil es könnte ja der eine oder andere schlau gewesen sein und beschlossen haben ich schreibe einfach 30 mal hashtag bavaria rein naja schauen wir wie viele kommentare da raus gefiltert werden 102 nein 211 kommentare so wir könnten es jetzt ein bisschen spannend machen und ich könnte es wie heidi klum in die länge ziehen das machen wir aber nicht wir haben hier 174 zuschauer oder so die bestimmt alle darauf warten vielleicht ist der eine oder andere der jetzt hier mitgemacht hat wir picken a winner in drei in zwei in eins jürgen l bavaria wie immer ein schöner stream hat er geschrieben ich schreibe mal den jürgen l auf vielleicht ist der jürgen sogar hier gerade im chat sonst jürgen machen wir das jetzt so lieber jürgen facebook instagram discord du kannst mich irgendwie anschreiben ich brauche nur deine adresse jürgen glückwunsch vielleicht bist du gerade dabei und schaust du falls sich der jürgen in den nächsten sieben tagen nicht meldet das heißt bis nächsten donnerstag sich nicht meldet werden wir erneut eine ziehung machen weil dann das hatten wir schon mal wenn sich der jürgen einfach nicht meldet das problem ist ich kann auf youtube niemanden anschreiben das ist das dicke problem das geht nicht mehr du kannst keine privatnachrichten bei youtube versenden und mal schauen vielleicht finden wir ihn vielleicht meldet er sich bei mir und dann wirst du auf jeden fall diese drei rollen bekommen ansonsten geht das ganze zeug eben in die nächste runde da gibt es so quasi ein jackpot vielleicht lege ich dann sogar noch was drauf naja dann ich habe eure nachrichten das letzte mal ein bisschen ernst genommen und habe heute mal ein spezielles klebeband gekauft was für abklebungen bei lackierungen gedacht ist und mal schauen ob das was daugt ich habe auch dieses frog tape das ihr mir wärmstens empfohlen habt mal auf amazon bestellt und bin aber der meinung ich glaube das frog tape eher ein abklebeband für dispersionsfarben oder für wandgestaltung ist oder korrigiert mich ist frog tape auch eines für lackierungen weil bei lacken ist es immer ein bisschen anders gerade was die mittel angeht mal schauen hat er schon geschrieben zufällig der jürgen ne noch nicht oder abholzer du warst es auf jeden fall nicht sorry tut mir leid aber somit haben wir mal den gewinner ich nehme mal ein schlückchen energietrink und weiter geht's im hause schweighofer wasches 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 was sind wasches für alle dies noch nicht wissen was ist jetzt los der herbert hat gerade für ein seiterl ein kleines bären am oktoberfest was rausgehauen heute möchte ich alle wieder nach münchen schicken vielen dank ihr seid so geil wir feiern den ersten supper quasi heißt das du hast gerade ein sap rausgehauen das hatten wir auf diesem kanal so noch nie aber herzlichen dank also nein moment mal eigentlich war es nicht du der erste sap sondern eigentlich war das zuvor der marco oder oder war das ein super sticker was der marco rausgehauen hat ja keine ahnung auf jeden fall jetzt es wird bunt im chat das gefällt mir wir sind bei den wasches wenn wir von teuer reden dann reden wir über wasches wasches sind farben die sehr üppig aufgetragen werden oder man braucht die halt relativ ist das hier einigermaßen scharf könnt ihr was sehen ich habe das gefühl die kamera ist ein bisschen zu dunkel aber das sind amibainter wasches das sind citadel wasches und wie gesagt die hier kosten 6 euro 30 ein fläschchen mit was ist denn da drin 24 milligramm im ernst ist das echt nur 24 diese farben tragt ihr nach dem bemalen leider ziemlich unscharf das können wir ja hinbekommen was ziemlich unscharf ich finde das eigentlich beinah knacke scharf also für meine verhältnisse der dorsten hat gerade fünf mitgliedschaften für matthias schweighofer live verschenkt was ist jetzt los was heißt denn das kiki kein problem was das geht auch macht mich gerade alle fertig hier ihr habt jetzt gerade die die diese funktionen entdeckt alle kam uns der dorsten da geht es wieder rund ist wieder typisch also ihr könnt mal alle ehrenhalber dem dorsten danke sagen die jetzt gerade gabriel zum beispiel der marcelo vielleicht wolltet ihr gar nicht bei mir als mitglied sein jetzt seid ihr es jetzt müsst ihr den scheiß fressen der dorsten hat es euch aufgezwungen ich verwende das rock tape für meine rc cars zum lackieren funktioniert mit acryllack und lacken auf wasserbasis okay das ist ein sap okay voll geil weiter marcelo okay wunderbar wir haben heute mal alles ausgetestet was hier so geht vielen dank ist einfach wahnsinnig noch mal um zu den farben zu kommen hier ich möchte mit euch heute damit glaube ich hat eine mitgliedschaft für matthias schweighofer live verschenkt der nächste und wer hat sie bekommen der steffen es ist eine tauschpause heute hier ihr macht euch fertig meine kameras gehen die ganze zeit aus hier und ich schwitze wie ein arsch ab in der uniform hier oh herrlich gleich heute nein ich heute nein so weit bin ich noch nicht aber es ist es ist schon schön jetzt macht gerade ziemlich spaß matthias grüß dich guten abend wenn du glück hast gibt es noch einen irren der dir jetzt heute schnell mal einfach eine mitgliedschaft hier schenkt weil es gibt ihr ein paar die das machen lasst uns wasches machen wie gesagt die sind gut die sind in vielen mailsets mit dabei aber manchmal braucht man sehr viel gerade was jetzt meine medusa anging war das fast ein fläschchen und das heißt ja 6,30 nur damit man ebenso eine leichte abstufung drauf hat das ist ein bisschen tricky was brauchen wir wir brauchen gläschen jetzt lasst ihm einmal arbeiten wieso ich ziehe mein ding heute sowieso durch dauert halt ein bisschen länger und ihr habt spaß ich habe spaß alles gut wir brauchen wasserdicht verschloss verschließbare fläschchen im ideal fall schon viel also da drinnen habt wesentlich mehr platz steht das vielleicht sogar drauf steht nicht drauf aber die sind gleich gummiert die habe ich heute im spar gekauft und die sind auch vor allem gut beschriftbar weil das muss auch sein noch mal im letzten stream ging es kurzzeitig mal um das thema z top bei brusa echt nur habe ich wahrscheinlich überlesen hat insoweit ich weiß standardmäßig aktiv ich habe es mal angeschalten ja stimmt führt aber häufig zu fehl druck nach crash okay okay dr schweikhofer bitte den farbbub der herbert baut wieder an seiner detail nicht du hast ja erst den ersten bauabschritt durch und bald kommt dann der 24 stunden stream wenn es mal wieder länger dauert hey können wir gerne auch mal etwas längere sachen anstreben gut dann brauchen wir wasser und zwar am besten gleich reines wasser destilliertes das ist im prinzip nichts anderes also wie wird destilliertes wasser gemacht im prinzip brauchst du 19 jährige jungfrauen die trinken wasser ohne ende und die filtern das dann über ihren schweiß wieder raus das wird gesammelt und dann kriegst du destilliertes wasser riecht ein bisschen ist aber rein genau weiß ich solche sachen glaubt dann müsst ihr bitte auf einen anderen kanal gehen weiß es ihr nicht glaubt und einfach jetzt schmunzelt ist das voll okay dann seid ihr hier in der base okay gut und ich betone es war schweiß torsten do it was torsten was ist letztlos lol ich kann hier 50 mitgliedschaften für 199 euro verschenken zwei bis drei mal und alle sind mitglieder torsten hör auf schau wie sie alle torsten mache es okay mal schauen ob er eier hat nein spaß elektrisch den so sie dieses wasser mit der steffen wir brauchen mal sauberes wasser dann brauchen wir ein bisschen spülmittel früher hatte ich meine washes allein so gemacht wasserspülmittel weil sie kalkhaltiges wasser habt ist das etwas das gerade bei miniaturen nicht so cool ist dann kriegt ihr blöde flecken falls ihr aber ein gutes wasser habt kann ja auch sein ne braucht ihr gern destilliertes wasser dann werden wir wahrscheinlich holzlein brauchen um etwas ein bisschen stabiler zu machen sagen wir es mal so ach verdammt ich habe es mit teuren heildestillations steinen probiert ja links gedrehtes schweißwasser braucht man dann könnten wir unter umständen nein wir brauchen es liquid acryl medium benötigen dann könnten wir unter umständen mod botch matt 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 benötigen dann brauchen wir auf jeden fall tinte und jetzt kommt die ganze erklärung dann brauchen wir auf jeden fall ein reagentgleich dann brauchen wir einen messbecher und dann hätten wir eigentlich alle sachen beisammen nein er hat's gemacht er hat's gemacht hat er nicht gemacht doch er hat's gemacht er hat gerade 50 mitgliedschaften rausgehauen was ein typ der torsten halt ne ja da das push den kanal unweigerlich nach oben danke dir torsten ja jetzt geht es natürlich im kanal ab wie bolle und na es ist eine coole geschichte lieber torsten vielen dank wenn du geld loswerden willst hat der matthias was großes bei amazon auf der wunschliste ach wartet noch ab der torsten ist einfach ein feiner kerl bombe torsten alter was geht genau ja schau es braucht halt ne zeit bis alle jetzt hier ihre infos raushauen für die 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 aufzeichnung ansehen und falls youtube abermals den chat ausgeschalten hat obwohl ich eigentlich anschalten haben wollte will also youtube stellt ab und zu mal den chat aus keine ahnung vielleicht weil ihr irgendwelche sachen reinschreibt die youtube nicht gefallen und dann müsst ihr die aufzeichnung ohne chat ansauen dann muss ich euch jetzt sagen im chat geht's grad voll ab okay der torsten hat einfach gerade lawine ausgelöst lawine okay bald sind nur noch leute mit schlüssel da ja ein monat lang ein monat lang es ist ja fast schon wie bei twitch hier so damit wir hier ein bisschen besser sehen werde ich jetzt unsere sponsoren hier mal ausschalten damit ich alles zeigen kann und zwar war das hier bavaria mal kurz ausschalten und das hier kurz ausschalten soll jetzt müsstet ihr alle wieder ein bisschen mehr sehen aufgepasst wenn sowas zu oft vorkommt kann es passieren dass youtube den account spart wegen abnormale aktivitäten dann torsten bitte keine 50 subs mehr raushauen heute armin hauke ich bin noch ohne schlüssel armin ich glaube der torsten hat das random rausgehauen was kosten die zutaten das ist eine gute frage ich habe heute destilliertes wasser gekauft dann habe ich dieses acryl medium gekauft und die zwei farben hier beziehungsweise den leim hatte ich schon den rest hatte ich schon die gläser waren auch noch und ich bin ungefähr auf 18 euro 90 oder so gekommen das ding ist wir können hier mit den sachen die wir jetzt hier haben fast einen halben liter an wasches bauen und der halbe liter wasches wenn ihr zum beispiel dass bei zitadelle hoch rechnet kostet dann nicht 18 oder 19 euro sondern 130 euro also wenn die flasche 6 euro 30 kostet kosten neben einem halben liter dann ungefähr 130 euro das heißt das ist dann schon eine geschichte wo man sagt es wäre nicht blöd das ganze jetzt selber zu machen einmal matthias wenn man selbst ein abo kauft verlängert sich das automatisch und hört nicht nach dem monat auf wie du sagst du wirst jedes mal nein das verlängert sich nicht automatisch oder es wird du musst gefragt ob du es weiter verlängern möchtest das ist nicht bindend oder leute ihr seid ehemänner wenn ihr nach dem free monat einfach um einen monat für unseren bastel verlängert also ein g steht für gönner auf unserem bastel danke dir kiki kein stress kein stress es ist so ehe grad eskalation passiert der torsten hat einfach 50 subs rausgehauen ich wusste nicht ob ich weiß nicht ob du mitbekommen hast kiki hat heute ein bisschen technische probleme doch das abo verlängert sich automatisch dann muss ich das anders kommunizieren leute dann bitte entabonniert ihr wenn ihr nicht mehr mich unterstützen wollt das muss gesagt sein das ist aber dann neu beziehungsweise das kenne ich noch vom alten kanal da habt ihr jedes monat dann einfach klicken müssen oder muss man selbst abklicken meine ich gut dann sorry muss ich das meine unwissen war das unwissenheit war das ich muss das auf jeden fall besser kommunizieren neben mir stand verlängert sich automatisch aber juckt mich nicht ich zahls ja freiwillig torsten dann musst du nur aufpassen dass beim nächsten mal beim nächsten monat du nicht wieder automatisch 50 subs raushaust antwort wenn man sie selbst abonniert verlängert sich automatisch wenn man ein abo geschenk bekommt nicht danke dir ok deine mitgliedschaft läuft am 5 11 2023 ab und wird nicht automatisch verlängert ok gut die mischungsverhältnisse von diesen unterschiedlichen produkten ist eine individuelle man kann das so ein bisschen nach seinen wünschen machen und die frage ist halt für was braucht man die washes ich habe jetzt schwarze wash hier das ist im prinzip ink nennt man sie also schwarze wash schwarze tinte und ich habe braune tinte damit ich meine lieblings washes nachbauen kann einmal das agax earth shade und einmal das nun nun und wir brauchen bei solchen acryl washes im prinzip das was auch in einer acrylfarbe drinnen ist wir benötigen im prinzip die pigmente dann brauchen wir lösungsmittel das ist das wasser und wir brauchen bindemittel und das ist eben dieses acryl medium das ist übrigens alles was wir hier jetzt sehen außer dass den klebstoff das ist alles schon in normalen acrylfarben drin also wenn du so normale farben kauft nur halt in einem komplett anderen mischungsverhältnis das muss gesagt sein man kann theoretisch die zwei sachen wegnehmen und normale acrylfarben nehmen problem ist nur da drinnen befindet sich ja auch schon das beziehungsweise das ding hier und man muss das ganze ein bisschen anders auf aufmischen so ich muss wieder lesen heute geht es ab in dem in dem stream das sollte schon jeder selbst auf die kette bekommen da brauchst du dich wohl nicht rechtfertigen nein ich muss mich insofern rechtfertigen weil ich das letzte mal immer gesagt habe das ist ein abo das nicht verbindlich ist und das war falsch und das muss ich einfach anders kommunizieren geht sicher einiges vom geld an youtube das ist der schmarrn 70 prozent gehen an mich 30 prozent an youtube das ist aber immer so dafür darf ich diese plattform hier nutzen gibt es einen link zum discord gibt es natürlich auch es gibt verschiedenste mischungsverhältnisse wie man die sachen mischt das hier ist nur eine andere eine alternative zum damm zu dem zeug da ist noch ein bisschen leim drinnen oder das ganze kann wie eine schutzschicht auch verwendet werden es gibt viele leute die dieses mod botch für table top sachen oder für große minaturen verwenden um sie am schluss zu versiegeln diese flüssigkeit es gibt der verschiedenste von der marke aber es gibt eben flüssigkeiten das ist wasser basierender klebstoff und es ist im prinzip ein sealer ein finisher also im prinzip ein versiegler und ein ja ein beender wenn man es gerade nach ja komplett übersetzt sie nannte mich zwerg sagt ich habe nichts durchgeblickt was sind washes na gut ich zeige es dir wir werden das heute sowieso ein paar mal machen deswegen möchte ich es einfach auch zeigen wir sehen hier in der top kamera ein modell und dieses modell hat sehr sehr filigrane kleine stellen wir zoomen hier mal ein bisschen ran dass ihr ein bisschen mehr seht und wir versuchen das ganze ein bisschen scharf zu stellen ihr seht hier die ganzen riddeln beziehungsweise wir können das auch hier hinten wunderbar bei den schlangen demonstrieren ok eine ganz normale wash wie zum beispiel die grüne hier muss aufgeschüttelt werden dann brauchen wir einen wash pinsel ein wash pinsel das sind pinsel die im prinzip sehr lange haare haben dass sie sehr viel farbe aufnehmen dann schnappst du die ein bisschen von der farbe und erkennst sofort was diese wash macht ich trage sie überall auf und interessanterweise werden die tiefen stellen dunkel und die oberen stellen die glatten stellen bleiben hell und damit kannst du auf anhieb eigentlich zwei arbeitsprozesse die du beim malen machst überspringen denn normalerweise mache ich das ganze teil dunkelgrün lasse es trocknen nehme dann einen weichen sehr sehr trockenen pinsel mit hellgrün und dry brush drüber dadurch bekomme ich dasselbe ergebnis und das ist natürlich jetzt etwas wo ich sage gerade bei meiner medusa die ich hier schon fertig gedruckt habe und fertig bemalt habe seht ihr wie sich das ist mit gold und mit grün mit dieser grünfarbe kombiniert bekomme ich solche effekte das ist ein leichtes dry brush mit gold nochmal drüber aber an und für sich kann ich eben hier mit dieser farbe sehr schnell und sehr tolle gute ergebnisse erzielen eine kleine andere anmerkung dabei ist zum beispiel bei dem kollegen hier der wiederum nicht wirklich scharf ist sind das diese ganzen poren die zum beispiel hier in der rüstung sind oder auch diese sachen die sind nicht mit dem pinsel ausgemalt die sind im prinzip mit washes einfach dunkel gemalt und dann die hellen farben darüber denn ich nutze sehr gerne diese mal technik dass ich von dunkel ins helle mal meine meisten oder die meisten meiner figuren sind ursprünglich schwarz und ich mache sie immer heller damit ich auch schon falls ich mal eine figur hier unten zum beispiel dunkel brauche damit die schon dunkel ist und weil das einfach eine angenehme technik ist von der tiefe in die höhe zu arbeiten und somit von dunkel ins helle hin zu kommen gut ich lese gleich wieder eure fragen durch aber bitte beantwortet sie auch selbst falls ihr das wissen habt was hier gerade gefragt wird ich brauche hier eigentlich noch einen schluck wasser zum pitzel auswaschen habe ich da hinten kleine action hier ob man auch drucker tinte nehmen kann naja dann kommt hier der halbe liter wash aber auch recht teuer also ich kann dir nicht sagen ob drucker tinte auf ähnlicher basis aufgebaut ist wie normale acryl tinte oder halt tinte die für acrylfarben genutzt werden das müsste man ausprobieren ich weiß nur dass es immer aufs pigmentieren ankommt wie viel pigmentstoff ist drinnen bei tinte ist es so tinte ist ja sehr flüssig das kennt ihr alle noch aus dem tintenfass aber ne tintendrucker weggeschmissen tinte übrig also du hast einfach tinte übrig okay ich ich würde es nicht glauben dass es funktioniert aber das wäre auch mal eine interessante geschichte könnte man in einem test mal machen ja ich habe es verstanden ich wasche mich heute mit washes dann kommen die bauchmuskeln wieder raus dorsten genau so ist es deswegen haben wir keine bauchmuskeln weil wir diesen trick mit der wash noch nicht verstanden haben muss man nach dem bemalen mit washes mit klarlack versiegeln nein musst du nicht die wash trocknet auf wie eine normale acrylfarbe braucht nur länger weil sie mehr wasser drinnen hat und wenn sie trocknet dann ist sie im prinzip so trocken wie eine normale acrylfarbe ibo bei action gibt es drucker tinte günstig ja schon wieder action ich sollte so langsam von denen gesponsert werden ja kiki auf jeden fall ähm gut ähm um diesen effekt mit dem grün nachzubauen bauen wir jetzt oder mischen wir uns jetzt unsere eigene wash zusammen das ist keine hexerei das einzige was ich machen möchte ist das ganze hier ein bisschen koordinierter machen auch wenn dieser kanal ist äußerst unkoordiniert normalerweise ist Matthias Schweikhoff schon mal öl washes getestet nein armin ist jetzt auch bastel bastel lieber armin vielen dank gewittert ist bei uns ne ok draußen tonerts grad so ein bisschen ich mache mir hier einfach mal auf meinem messbecher eine kleine also auf meinem besser eine kleine messeinheit und bereite schon mal alles vor gut ich habe es mir mal aufgeschrieben ich habe verschiedenste kanäle auf youtube oder auch blogs mal durchgelesen wer welches mischungsverhältnis nutzt und da gibt es sehr geteilte meinungen die einen wollen eine sehr starke intensive wash haben die auf anhieb sofort das modell auch ein bisschen abdunkelt die anderen wollen eine wash die man mit zwei drei nuancen also mit zwei drei mal schichten dann dort hinbekommt wo man es hin haben möchte ich sage ich brauche eigentlich eine wash die nicht sofort trocknet das heißt ich brauche relativ viel wasser weil ich meine technik immer so habe ich habe immer wenn ich wasche ein normales wettext tuch oder halt so ein bounty tuch dabei und so eine cushion rolle und wisch teilweise oder tupf teilweise über die noch zu trocknete farbe drüber um sie teilweise ein bisschen wieder runter zu nehmen und ich bin der meinung ich brauche eine wash die sofort in die sick rein geht deren oberflächenspannung äußerst gering ist dass sie sofort verrinnt das heißt ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr spülmittel benötigen weil das ist im prinzip das ding was die oberflächenspannung hier eben verändert und ich gehe mal davon aus weil man sagt normalerweise wasser zu acryl eins zu eins das heißt das zu wasser eins zu eins und dann ein bisschen spülmittel und ein eine eine einheit von dieser ink von dieser tinte das wäre zum beispiel ein mischungsverhältnis was ihm ja im internet gerne gesagt wird ich würde jetzt mal sagen wir bauen uns eine schwarz wash und ich mische es bewusst so an dass ich mal eine einheit tinte nehme höllisch aufpassen das zeug ist macht wirklich schwarz an ist auch da hallo anne oilwash sind nochmals günstiger um meiner meinung nach besser zu handhaben aber ja gut kann man auch mal testen mit ölfarben washes zu bauen dazu brauche ich nur ölfarben ich habe keine ölfarben hier dann zwei teile wasser also das können wir jetzt eigentlich hier schon reinschütten das war jetzt total blöd jetzt habe ich den becher den strich nicht mehr weil einfach so viel tinte drinnen ist ja wohl ein bisschen kann ich noch durch den ich habe hier vielleicht etwas nicht so clever gerade gemacht okay ja da passt mein weißes hemd damit der fischkopf ja ich habe zwei teile wasser versprochen das ist ja das ist ungefähr ich habe das jetzt schon so richtig eingeschätzt das ist ziemlich genau zwei teile wasser der becher wird ja voll ich habe vielleicht ein bisschen zu viel aber dann haben wir einfach sehr viel okay okay und jetzt bräuchten wir eigentlich vier teile acryl es wird voll hat einer schon dieses schwarz ausprobiert was alles verschlingt du meinst dieses absolute black nein ich habe es mal in einem der letzten streams mal angesprochen dass ich mir denke für was für was braucht man es aber heute vielen dank für ölfarben wie geil so ein teil zwei teil drei teil vier teil ja und der clevere merkt der schweikow hat sich wahrscheinlich verschätzt das dürfte ich hier nie im leben ausgeben ne dann habe ich heute schon wash für die ewigkeit gemacht ich hoffe die wird jetzt auch was so wir brauchen rührstäbchen okay ich habe gott sei dank genug gläser aber gut zu wissen dass dieses mischungsverhältnis dann eben was sind das jetzt wenn es voll wäre wären es 25 milliliter ja dann sind es ungefähr 19 20 20 milliliter mal gut verrühren wir können alle froh sein dass Matthias nicht in einem medizinischen labor arbeitet ja auf jeden fall so das was jeder in jedem stream und in jedem chat und überall sagt ist das spülmittel an und für sich schwierig ist zu dosieren denn es gibt nicht die goldene regel die einen wollen dass die oberflächenspannung extrem schnell verrinnt die anderen wollen mehr kontrolle beim malen haben ich rate das ganze sehr minimal zu machen vor allem weil spülmittel irgendwann mal auch schäumt und es soll so so ein tröpfchen müsste an und für sich schon reichen denn damit haben wir sieht nicht sehr lecker aus aber hey oh aber damit haben wir eigentlich alles was wir jetzt für eine wash brauchen so ich mache die ränder noch sauber um eine figur oder so die von einem schwarz hintergrund oder so oder den boden verschwinden lassen es geht immer noch um diese ähm extrem black okay ich werde gleich zwei von diesen schwarzen washes anrühren weil wegwerfen durch hier natürlich gar nichts also alter wie ergiebig diese tinte ist ich meine ich habe echt viel rein gemacht eine einheit war relativ viel aber jetzt habe ich richtig was an washes gemacht so ich habe natürlich mir auch schon etwas vorbereitet wo wir diese washes testen können und eigentlich möchte ich auch gleich die washes für die anderen farben machen kurz mal hier umschalten dann ich möchte da eine neue cola edition ja es ist ziemlich schwarz ich finde die gläser irgendwie total nice die müssen noch beschriftet werden warte ich habe ein beschriftungsgerät Moment ich muss alles beschriften das ist das ist so oldschool das ding ich finde das schon wieder geil wir müssen hier löschen 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 und das ganze werde ich jetzt in großbuchstaben genau und das ist das nun ok nun oil alter ist das das ist so retro und gleich nochmal weil wir es zweimal haben wir werden uns bei solchen streams oder wir lassen uns bei solchen streams immer zeit das ist wichtig ihr müsst mich auch ja verstehen ich möchte nicht hudeln und vor allem möchte ich nicht dass nini aus versehen glaubt das ist keine ahnung sojasauce die sie beim nächsten bei der nächsten party dann einfach in salat rein haut ist das auch brush like safe was ist brush like safe die acryl ist einfach nur weiße acrylfarbe es ist das basismittel für alle acrylfarben was ist ob es genau das ist ich glaube nicht ich würde sagen nein so dazu musste ich mal ich werde das mal recherchieren das ist glaube ich recht interessant was da alles drinnen ist es steht hier einfach alles auf schwersten englisch deswegen kann ich es euch und auf spanisch redrucke ebrillo expendo e coloro reduce di vigilante io non experto ok gerade dass ihr wisst ich kenne mich nicht so aus mit spanisch deswegen nun all fertig und jetzt lasst uns das noch ein bisschen sepia machen diesmal habe ich ich habe gelernt aus meinen fehlern habe ich jetzt noch ein mischpecherchen das ist nämlich das zeug was momentan bei mir ziemlich out ist ja ich habe da noch wunderbar und ich habe wiederum gelernt als erstes machen wir das wasser da gehört noch eine kugel ins glas um sie gut aufschütteln zu können bei tinte musst du wirklich nicht mit kugeln arbeiten gott sei dank so wir werden jetzt hier mit zwei cl arbeiten das heißt wir brauchen vier cl wasser also jetzt mal an die community destilliertes wasser ist ja einfach nur wasser oder da ist ja nichts drin das ist einfach nur sehr sehr sauberes wasser das kann man ja eigentlich trinken oder ich habe es für euch getestet ja kann man trinken schmeckt nach gar nichts nein 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 so dann morgen hat der flitzkack jetzt ruft sie an scheiß mich zusammen komm okay 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 ja passt gut tschüss also also nein mach das nicht das kann tödlich enden das kann nur einer mit saug also ich habe gerade voll ärger bekommen von meiner administratorin das ist auch so ein bisschen die niveaubeauftragte dieses kanal und anscheinend habe ich gerade voll ja mach das nicht eh mach das ja eh okay du entsalzt deinen eigenen körper wenn du destilliertes wasser trinkst okay ich ertrink jetzt einfach energy drink nach okay wir konnten dich echt gut leiden nein das ist okay das war die falsche farbe ich möchte braun an mischen und jetzt habe ich ich habe gekleckert und da jetzt auch farbe drin und jetzt moment ja 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 halt stopp alles nochmal neu auf anfang oh jetzt habe ich im chat habe ich jetzt gerade voll die lawine ausgelöst tut mir leid chat zwei teile nein ein teil von sepia rein wenn das ein bisschen mehr ein bisschen weniger ist das könnt ihr jederzeit nacharbeiten das sieht jetzt zwar auch schwarz aus ist aber eine flüssigkeit die bräunlich ist und jetzt brauchen wir wieder vier teile von diesem acryl und danach werden wir diese washes natürlich testen ohne ende und ich habe gott sei dank immer noch so viel schaut das geht sich jetzt wunderbar aus in diesem gläschen dass ich theoretisch gesehen die washes noch strecken kann oder verändern kann das geht sich genau aus das geht sich ganz genau aus ich habe so ein lachflash aus dem mini klecks wird nach einer sekunde ein riesen klecks das ist voll ähm das war jetzt gerade so voll slapstick oder so comic mäßig gut gut da mischen wir das ganze zeug jetzt noch raus und dann haben wir wenn wir noch ein bisschen spülmittel rein machen die nächste wash durch und fertig und ich bin noch nicht wirklich dreckig also das ist vorher schon gewesen kiki du brauchst ein rotes telefon direkt zu matthias auf jeden fall oh mein gott so wie bei badman oder da komme ich schon an gordon der das rote telefon hatte ja ich möchte ein rotes telefon wenn die regie anruft so nächster step alles was tinte ist und offen war weg das könnte jetzt ein bisschen actionreich werden hier so ich habe extra für diesen live stream ein häuschen gedruckt wunderbar nein habe ich nicht das hatte ich schon aber anhand von diesen ziegelstrukturen die ihr jetzt gleich sehen werdet in der kamera seht ihr sie noch nicht ich weiß na komm da jetzt seht ihr sie wie male ich solche ziegelstrukturen an wenn ich zum beispiel für meine table top sachen das ganze hier benötige jetzt habt ihr ein bisschen bessere schärfe und das werden wir jetzt einfach in mehreren arbeitsschritten machen dass ich euch zeige wie man das ganze bemalt weil so kann man das wunderbar testen aber vorher werden wir wahrscheinlich den test schlichtweg auf unsere medusa machen wir haben das nun hier es ist immer actionreich bei dir ja voll voll ähm welchen pinsel nehme ich jetzt das ist eine gute frage ich hole schnell einen pinsel weil auch hier ist es so schön wäre es ein pinsel der saugfähig ist was ist jetzt schon wieder los ich glaube ich muss den akku tauschen ich weiß es ist schwarz leute ich weiß solange ich das ganze bild schwarz ist und der ton weg ist ist alles gut kommt schon wieder da sind wir zu hause washes nutze ich eigentlich so dass ich irgendwas nutze auf dem ich die wash dann auftragen kann bevor ich sie aufs modell auftrage oh die wird richtig geil puh die ist sehr sehr dunkel die muss mit wasser noch verdünnt werden na bobei nein 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 lass mal das ganze mal wirken ich weiß ich könnte jetzt hier wesentlich filigraner arbeiten ich mache die schlange auch noch ok ich habe ich habe jetzt hier eine wash mit der kann ich glaube ich 30 jahre arbeiten gut dann wie ich vorher schon gesagt habe ganz im ernst ich bin mit der noch nicht so ganz ganz zufrieden nochmal auf ich sehe die leichten texturen durch bei der schlange funktioniert aber ich habe das gefühl dass die wash hier zu schwarz ist oder zu wenig oberflächenspannung drinnen hat vielleicht ein bisschen was an brill noch rein und ein bisschen was an wasser und keine angst ich werde es nicht mehr trinken ok die verläuft aber nicht so schön las ja bastel ich rufe gleich an und sage ich bin die gifthotline ich hätte einen anonymen hinweis bekommen wasser wurde aufgetragen wurde rein gebracht die kommt mal weg zum hier mal ein bisschen raus so andere seite jetzt schäumt das ding hier natürlich ohne ende ja jetzt ist sie wesentlich dünner geht schon wesentlich besser ist schon viel dünner auch die schlange hier mal probieren sie schäumt noch ein bisschen das liegt aber daran dass ich sie eben gerade aufgeschüttelt habe und da muss ich noch ein bisschen rumprobieren vielleicht doch noch ein bisschen mehr spülmittel rein ich meine nun oil ist eine sehr schwarze wash definitiv das ist es wir können jetzt natürlich auch mal schauen was das ganze mit unserer sepia wash hier angeht wie das hier bei der funktioniert gott es sieht hier schon wieder aus ich sag's euch ob man eine wash auch mit bier herstellen kann dabei der thorsten wieder dabei so wo ist jetzt meine andere wash ich hab grad actionreich also die liegt da drunter das ist die andere wash was der neue typ ist da ich glaube es nicht seit monaten verschollen keiner hat ihn gesehen und jetzt kommt er ausgerechnet dann wenn ich wash es baue in unserem livestream der neue typ ist eine legende da ist ein mythos den kennt kaum jemand außer die die mal den ursprünglichen kanal den hauptkanal hier gesehen haben wobei hier schreiben schon der eine oder andere dass der neue typ da ist es gibt vom neuen typ ein wand aufsteller wie die da hinten das den seht ihr jetzt nicht oder da schreiben sie alle hallo der typ nabend nabend jetzt muss ich immer nein torsten muss kein abo mehr verschenken hat er hat der neue typ gerade wirklich eine rosa rote hand gepostet wie nett kommt mir so vor es wäre zu viel schwarz drin der vorteil von zu viel ist man kann es immer noch mehr strecken am ende des tages habe ich wahrscheinlich 20 liter wash und am schluss sieht die ganz gut aus so meine braun wash oder sepia wash schaut oder sieht momentan so aus sie schäumt ebenfalls noch ja alter verwalter das ist aber ein riesen unterschied die schäumt noch weil sie noch aufgeschlagen wurde aber so muss meine wash ausschauen das ist ideal die verrinnt sofort das sieht gut aus ich muss mir vielleicht auch die aufzeichnung dieses kanals anschauen dieses videos anschauen ob ich nicht einfach viel zu viel anteile an an farbe reingemacht habe das kann natürlich auch sein aber das ist eine sepia wash das ist geil die hat einen leichten braunton drinnen die verrinnt schön in den sickchen viel viel besser werde ich genau gar nichts an dieser wash ändern außer dass ich sie beschrifte und zwar beschrifte ich die natürlich mit einem idealen fachbegriff solche sachen mache ich eigentlich nur für mich das egal ihr werdet es schon sehen das ist ein langer name aber den drucken wir mal hier raus was gibt es denn hier hier gibt es destilliertes wasser zum trinken was man nicht machen soll weil giftig ist nur mal so nebenbei nutella wash fast er war und ist auch bleibt auf ewig der neue der neue typ bleibt auf jeden fall der neue typ wunderbar also ich glaube nini wird das nie zum kochen her nehmen oder ich finde auch nicht der professor tippt mit dem adler system ja weil wie soll ich denn bitte bei einer tastatur die mit abc de in einer linie ist mit zehn finger tippen das geht ja gar nicht oder eine spritz bub wash ja jetzt haben wir auf jeden fall mal eine schöne durchfall braune wash die ich jetzt auf meinem modellchen hier verarbeiten möchte so auch wieder kurz aus waschen also die braune wash ist besser geworden als die schwarze die schwarze muss ich noch etwas mehr verdünnen das möchte ich aber im gesamten machen und dazu brauche ich ein größeres gefäß deswegen nehmt es mir nicht übel die wird heute nicht mehr fertig okay niemand ist neuerer als ich ich möchte mit euch steinstrukturen mal mal und dazu benötige ich eine grundfarbe und da nehme ich jetzt mal so ein grünbraun grau damit wir also man viele machen diese hausfassaden steinfassaden wenn sie zum beispiel ja irgendein dungeon nachbauen oder irgendwelche modelle für tabletop spiele machen sie sie grau und dann ein bisschen dunkelgrau und dann wird dry gebrushed ein bisschen heller darüber ich mache das ganze ganz anders weil man kann das viel viel cooler herangehen wie zum beispiel als erstes mal so gut wie alles mit so einem hellen grünlichen braun grau mal zu machen optimal reicht schon pinsel muss gar nicht ausgewaschen werden da wird sowieso mit neuer farbe drüber gehen mal etwas trocknen schweigo von doverbraun ab jetzt im shop eine wasabi nuss wasch ja in der schwarzen wasch ja neuer tipp in der braunen nicht alte pilotenregel gut somit haben wir jetzt mal die ersten farben drauf die erste farbe jetzt kommen die farben steine sind niemals gleichfarbig könnt euch noch so eine schöne steinwand anschauen ihr habt immer verschiedene farbtöne drin und ich rate jetzt einfach mal ein paar in so graubraun zu machen ein paar ein bisschen rötlicher orange licher und ein paar so ein ja nehmen wir mal so ein skelett bone mal schauen wie das ankommt einfach zwei drei verschiedene farben nehmen und das muss gar nicht extrem aufwendig sein das kann einfach so ein bisschen grob gemacht werden hier mal da mal ein bisschen klar das mache ich jetzt hier in diesem kanal nicht so sauber weil dann müsste ich jetzt das ewigkeiten streamen und da wir nicht alle bis zwölf und mitternacht zeit haben heute wird das jetzt so gemacht so ein bisschen orange der wird ein bisschen orange licher der hier auch am schluss soll ausschauen so ein bisschen harlequin mäßig überall ein bisschen farbe drin einfach weil es sandsteine gibt die unterschiedliche farben haben machen wir die noch ein bisschen gräulicher ich habe mal vor jahren ein tutorial gemacht in dem ich gezeigt habe wie ich brückenelemente 3d drucke und sie auch bemale und da wurde diese technik auch schon mal so ein bisschen gezeigt das ist ideal wunderbar ihr seht es sind nicht zu intensive farben drinnen aber die die knallen schon das reicht schon das ist 214 zuschauer aber nur 11 daumen hoch ich glaube da muss der neue typ mal kurz reinkommen das ist der neue typ seht ihr so schaut er aus der auch ein bad und hier kommt er auch nochmal und da mit mir und früher war da in vielen streams dabei und das müssen wir wiederholen dass er auch wieder ab und zu mal in den stream rein kommt oder vielleicht schaffen wir es ja mal Sebastian du bist jetzt ein kleiner bastler liebe grüße und danke dir du bist schon im anflug auf tirol geil dann können wir das eben halt mal machen ziehen die filamente im hintergrund nicht feuchtigkeit trocktest du die vor dem drucken ganz im ernst ich habe mit feuchten filament in dieser werkstatt so gut wie nie probleme ich habe sie sowieso dann in meiner in meinem also ich habe jetzt momentan 30 prozent luftfeuchtigkeit und die filamente haben sich da noch nie wirklich aufgeregt ich habe noch nie gesehen dass das so aus dass das schlimm wird und vor allem ist es so meine filamente halten nicht lange weil ich sie ständig schnell vertrocknen ja ist so ich nehme jetzt ein hellgrau und mache jetzt ein kleines dry brush dry brush ist nichts anderes als eine pinselspitze farbe nehmen ein bisschen was vom tüchlein nehmen und das so lange auf dem tüchlein austrocknen bis man fast nichts mehr von der farbe auf dem pinsel hat soll ich mich hier das ockerbraun mit dem hellgrau ein bisschen zusammen der pinsel ist rundherum voll so jetzt ist fast nichts mehr drauf und jetzt gehe ich über alle stellen hier drüber damit ich vor allem diese bereiche die jetzt vorher orange oder eben gräulich waren wieder mit so einem leichten nuance an grau darüber bekommen schaut mal hier seht ihr so funktioniert mein dry brush es ist fast nichts mehr ein pinsel drauf so könnte man es schon machen die technik hier finde ich aber fast ein bisschen cooler indem man vorher einfach mal ein grundbasis ton auf seine farbe auf sein modell drauf gibt und nicht jeder möchte dunkelgraue steine haben sagen wir es mal so so dry brush muss fast nicht geföhnt werden weil es ja schon fast trocken ist und die letzte farbe zum dry brush ist weiß an und für sich sagt man weiß sollte man nie pur verwenden in dem fall nehme ich ein bisschen was an grau und mische es ganz leicht in den weißdor mit rein und hier jetzt wirklich so gut wie nichts mehr an weiß oben haben das ist schon viel zu viel auch noch zu viel jetzt ist gut und ganz leicht über diese elemente drüber das nur die obersten kanten jetzt eine leichte weiß tönung bekommen das könnte staub oder dreck sein der auf dem objekt jetzt liegt so und jetzt kommt das durchfall braun hier ins spiel oder halt eine wasch dazu mal kurz den pinsel aus waschen weil er jetzt natürlich weiß anteil grau anteil bisschen orange drauf hat und der schweighofer ist mit allen wasches gewaschen welch ein woch spiel abholster machs gut falls wir uns das nächste mal noch sehen ich habe keine ahnung inwieweit das destillierte wasser schlecht war und das ist jetzt zum beispiel sandstein ton wenn man das jetzt hier nicht mit nun öl macht überall in die sick rein gut ich trockne jetzt meine pinsel immer ein bisschen ab und fahr wieder leicht drüber so wie ich vorher beim drybruschen drüber gefahren bin das meine kanten und flächen im prinzip wieder von dieser farbe fast schon eliminiert werden der rest aber in die sick rein rennt und der neue typ hat recht er hat vorher gesagt es gehört noch ein bisschen mehr spülmittel rein schuss ein schuss vielleicht ein schuss mehr spülmittel wäre nicht schlecht stefan meint sieht jetzt schon hammer aus ich bin doch nicht so ganz zufrieden ich möchte es noch ein bisschen heller haben und texturiert ja da kommen wir hin das ist gut der vorteil von der wasche ist jetzt ich kann das häuschen natürlich jetzt auch so aufstellen dann rinnt die wasche nach unten und ich habe diese rinder drinnen die man vielleicht hat wenn irgendwas dreckiges aber im vergleich zu einfach nur grau getry brushed sieht das jetzt einfach aus wie eine echte hausmauer oder ich finde das eigentlich nicht richtig und die orangen teile steine vielleicht sind sie ein bisschen zu extrem okay dann kann man sie ja immer noch leicht dry brushen ich würde das jetzt eine spur trocknen lassen normalerweise nicht mit dem fön aber damit wir hier ein bisschen flotter vorankommen wird das jetzt mit dem fön leicht angetrocknet dank dir habe ich jetzt schon einen bambolette x1c meine frau fragt schon ob das irgendwann auch mal wieder nachlässt ne johannes das lässt nicht nach das ist jetzt für immer habe gerade die medusa auf 400 prozent geslice habe ich aber ich glaube 57 stunden druck tue ich mir dann doch nicht an meint der sven also mit der wash bin ich schon sehr zufrieden die schwarze hat nicht so ganz also da ist die farbe halt unfassbar intensiv nicht gewesen unbedingt aufpassen beim lange föhnen wenn ihr PLA gedruckt habt kann sein dass die 60 70 grad was so ein fön manchmal erreicht euer PLA leicht warm macht und zum schmelzen bringt ein bisschen aufpassen so und auch wenn wir jetzt schon gedry brusht haben macht es oftmals sinn am schluss noch einmal eine leichte dry brushung über das ganze objekt zu geben ja sieht mal nicht schlecht aus zum dry brushen muss der pinsel aber wieder komplett trocken sein jetzt nehme ich mir ein bisschen weiß mit ein bisschen grau vermengt vom gefühl her würde ich sagen das ist eine gute dry brush farbe ich mache das normal auf einem anderen modell aber ich kann das jetzt auf dem hier auch machen ich kann testen wie stark der pinsel anspricht anspringt ganz leicht das ist übrigens auch 3d gedruckt das ist jetzt kein guss modell von irgendeinem hersteller oder so wie seht das unten das ist eine ganz normale druckdatei die ich vor jahren gedruckt habe und mir gedacht habe für dieses tutorial hier kann ich die ohne weiteres mal kurz zeigen so holen wir die fenster noch ein bisschen raus indem ich die ein bisschen heller mache die kanten vielleicht ein bisschen intensiver machen und auf einmal haben wir eine wunderschöne steinstruktur die eigentlich perfekt funktioniert wie gesagt vor ein paar minuten hat es noch schwarz ausgesehen und jetzt sieht es aus wie eine echte steinstruktur wenn ihr jetzt noch eine grüne wash zum beispiel angemixt habt könnt ihr die in unteren bereich zum beispiel hier ein bisschen grüner machen damit das ganze schlichtweg so ein bisschen vermoost aussieht ja oder ihr setzt einzelne farbrinner runter müsst vielleicht schauen wenn da ein dach mal drauf kommt oder ein dach war wo könnte theoretisch farbe durchgeronnen sein und so könnte man das ganze optimal für seine modelleisenbahn oder für seinen warhammer terrain oder sonst irgendwie anpassen und das alles mit einfachsten mal techniken basis farbe das ist meistens die grundierung kommt meistens aus der spray dose raus und dann einfach eine acryl layer schicht meistens in einen bräunlichen ton oder erdfarbenen ton je nachdem was ihr haben wollt und dann wird dry gebrusht dann kommen die ersten farben hier dran und dann wird es weiter gemacht respekt bereits vor jahren auf diesen stream vorbereitet ja so war's was ist denn wenn man einfach eine acryl farbe so mixt also nicht die basis und die tinte das haben wir schon mal ausprobiert wir haben acryl farbe mit wasser angemischt und ein bisschen was vom spülmittel rein gemacht das ergibt mehr pfützen ich muss das genauso sagen also durch diese tikturen beziehungsweise nochmal in dieser acryl farbe kommt ja schon all das vor was wir für die wash angewendet haben nur in einem anderen mischungsverhältnis da ist zum beispiel wesentlich mehr von dem zeug drinnen beziehungsweise von dem zeug ja von diesem liquid acryl medium zum beispiel dann wird die cremiger das heißt wenn du die auftünnst und auf mischt kommst du irgendwann mal auch in etwa auf das mischungsverhältnis das wir haben problem ist nur dass es ist halt dementsprechend wenig tinte oder farbe drinnen dies halt einfach für diesen farbton abgestimmt wenn du sagst ich habe eine sehr sehr intensive farbe und ich möchte die aufmischen dann wirst du wahrscheinlich mit den mischungsverhältnissen nicht klarkommen musst ein bisschen größer mischen aber kommst wahrscheinlich auch irgendwann mal auf das ergebnis hin das ich hier habe sieht ganz nett aus habe gehört es gibt ein diskurz im ausstauschen ja johannes einfach reinschauen bitte okay das sieht nice aus auch by the way kumpel besucht da hat sich auch gerade ein x1d besorgt ja ich bin jedes mal überrascht wenn in meiner werkstatt in meiner werkstatt kein drucker im hintergrund läuft der wird aber heute noch laufen ich werde wieder für den nächsten stream denn ich wahrscheinlich am sonntag mit euch machen werde irgendwas cooles trocken mal schauen ich habe euch noch versprochen wir werden damit user noch mal ein rotes kleidchen machen oder damit ihr mal seht wie scheiße das aussieht oder ich habe meine pipipause vergessen ja weil ich eigentlich durcharbeiten wollte heute kiki schaffst du es auch ohne pipipause oder nicht die rotiert heute bei der ist das internet heute ein bisschen faul hast du diese 3d daten vom filament halter im hintergrund danke dir auf pinterest nein ich zeige schon immer auf printables habe ich spool holder eingegeben und dann kam das relativ schnell ich schaue mal ganz kurz damit ich euch das auch gleich zeigen kann oder war das ach gott sogar für die wall hier ist zum beispiel schon einer drinnen den den ich jetzt hatte der ist da jetzt nicht dabei war das hier zum beispiel moment mal ganz kurz nur die frage wie die aussehen ja die sind ein bisschen anders also einfach mal aufs pool holder gehen findest du auf jeden fall es gibt sehr sehr viele einfach mal durchklicken auf die schnelle finde ich jetzt nicht gut ich zeige euch mit der roten wash von army painter ob das kleid toll aussieht oder nicht wenn wir es rot waschen ich behaupte nein aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren und washes bringt nicht viel wenn man sie einfach nur in so ein pappteil rein macht ich habe hier so kleine farbtägelchen mit denen geht das eigentlich wunderbar also nochmal die washes die ich von army painter beziehungsweise von citadel oder weil ich habe die sind nicht schlecht überhaupt nicht aber sie sind halt teuer ich nenne sie mal inzwischen ein herz schlägen aber ich sehe wenig sind darin eine medusa mit einem kleid zu machen weil die medusa selber in meinem fall ja komplett aus stein ist nur eben sie und die schlangen und der schmuck sind farblich gott sei dank haben wir ja relativ viel an testdrucks gemacht oder sagen wir so schöne abbrüche gehabt und da kann man ein bisschen rum testen und auch mal etwas machen was man eigentlich selber nicht haben möchte und natürlich man kann das ganze jetzt noch intensiver machen und einfach wirklich mit acryl farben darüber gehen und das sehr sehr rötlich machen aber ich möchte einfach nur mal zeigen am schluss sieht es aus als wäre es heidi mit einer schürze glaube ich lassen wir die wash mal trocknen momentan kann man noch relativ wenig sagen der vorteil von meiner arbeit ist natürlich ich könnte einfach wenn ich mir nicht sicher bin welche farbtöne ich bei menschen sachen haben möchte kann ich einfach ein foto machen in photoshop das reinladen und in photoshop es einfärben bevor ich es male mal digital ein um ungefähr abschätzen zu können passt zusammen oder nicht was hast du verpasst ja wir haben wasches gemacht wir haben einen nun oil wash gebaut und eine durchfall braun wash die eigentlich das masterpiece dieses kanals mittlerweile ist vielleicht kann man ja auch die normalen farben selber mischen und nicht nur die washes wenn es scheiße aussieht kannst du immer noch sagen dass es der chat wollte naja flameon 85 hat eine frage ob du die 3d daten von der filament alter im hintergrund hast ja die habe ich gerade versucht zu zeigen und habe gesagt wie es funktioniert wo man sie herkriegt hast du wahrscheinlich übersehen hätte das obere vielleicht so blass elfenbein mäßig wie leinen gemacht dann sticht es nicht so extrem heraus schade dass du die nicht mit köpfen vervollständigst ich habe ja schon eine fertig also ich mache die nur nicht fertig überhaupt nicht falsches rot und keine wash sondern reine farbe druckt sie euch selber ich sag einfach nur mal als vergleich ich sag nein keine keine andere farbe außer die die ich hier jetzt schon habe so sieht meine aus und ich finde die schön so aber das kann wie gesagt jeder für sich selber entscheiden also vielleicht wollt ihr auch keine grünen schlangen haben sondern silbrige schlangen oder schwarze wir hatten auch schwarz mit leichten gold akzenten ich finde da ist jetzt steckt jetzt so viel arbeit drin und vor allem auch während der arbeit sehr viel überlegung wie male ich sie ja und jetzt habe ich sie so gemalt die versprochenen gummifüße für deinen x1 wurden diese woche auch mit gedruckt ich schicke bei gelegenheit mal raus sogar passend schön in grün Sven vielen dank Sven schick sie mir doch einfach richtung 30 november da mache ich den geburtstag stream und da freue ich mich tierisch drauf wenn so eine kleinigkeit von dir dabei ist würde mich sehr freuen gut ich glaube wir hatten plasma meckl gefällt wir hatten heute viel action wir hatten heute viele versuche es ist ein bisschen was gut gegangen ein bisschen was nicht so gut gegangen aber das ist wie gesagt eine live sendung wo nicht einfach alles auf anhieb funktioniert ist halt so ja wir wissen jetzt wie man durch verbrauen mischt das erstaunlich gut aussieht also die was finde ich mal ziemlich nice auch wenn ich schon weiß dass der neue typ wahrscheinlich so ein bisschen was der ist nämlich farben mal profi voll der ist voll der freak was sowas angeht und der hat eh schon mal ein bisschen geschrieben es muss noch mehr spülmittel rein und so mal schauen ich werde mich mit dem mal unterhalten in den nächsten tagen vielleicht hat er ein paar tipps und tricks oder sogar bock uns mal in einem live stream zu besuchen und mit ihm zusammen mal sowas zu machen dass er mal so ein bisschen mit euch einen austausch machen könnte mal schauen in diesem sinne ich habe für heute genug mein arbeitstag war lange genug ich würde auch gerne noch mit meiner frau und meinen hunden ein bisschen auf der couch kuscheln danke fürs zuschauen danke an Bavaria für unser filament das ich heute verlosen durfte und ich hoffe wir sehen uns in einem der nächsten streams danke an den Thorsten vor allem heute und an alle anderen die ohne den Thorsten auch schon Kanalmitglieder geworden sind aber der Thorsten hat halt mal richtig übertrieben danke dir und gerne nochmal ein kleines like hier da lassen bevor wir aus der ganzen Geschichte hier aussteigen damit wir einfach hier den Kanal noch ein bisschen nach oben pushen ich hoffe ich habe heute keine rechte Verletzungen was Musik anbelangt gemacht und ich hoffe auch dass wir diesen Kanal diesen Stream eigentlich dann am Kanal mit dem Chat dann im Nachhinein wieder sehen können weil das ist etwas das ist sehr schade gerade für die Leute die sich sowas ihnen aufzeichnen und anschauen schönen Feierabend und weiter gute Besserung fürs Hundelie meinte Willi vielen Dank danke Kiki dass du mir wieder geholfen hast auch wenn ich weiß bei dir war es halt ein bisschen stressiger da findet man auch noch eine Lösung in diesem Sinne Peace Love and Morgana die ihr immer noch keinen Namen habt vielleicht schreibt ihr unten in die Kommentare einfach mal rein wie ihr sie nennen wollt schweig over danke fürs zuschauen und sorry für das Trinken von Wasser das man nicht trinken sollte End out macht es gut und ich muss jetzt auf Ende klicken Tschüss Pa-Para-Papa Pa-Para-Papa Pa-Para-Para-Para-Papa Papa Pa-Para-Papa Pa-Para-Papa Musik Und socio Bis zum nächsten Mal.